Martin Luther lebte im späten Mittelalter in Wittenberg. Er war Mönch und Priester der damals einzigen christlichen Kirche in Deutschland, der katholischen Kirche. Doch Luther fand, dass dort einiges falsch lief. Am meisten ärgerte ihn der Ablasshandel. Damals dachten die Gläubigen, sie kämen nach dem Tod ins Fegefeuer. Ein schrecklicher Ort, an dem sie für ihre Sünden büßen mussten, bevor sie in den Himmel durften. Die Kirche machte den Menschen weiß, sie könnten ihre Zeit im Fegefeuer verkürzen, wenn sie sich bei einem Kirchenvertreter einen Ablassbrief kauften. Damit wären sie von den Strafen für ihre Sünden befreit. Mit dem so verdienten Geld machte die Kirche ein Riesengeschäft. Luther wollte, dass sich das änderte und schrieb einen kritischen Text. seine 95 Thesen. Luthers Ideen verbreiteten sich für die damalige Zeit rasend schnell. Das lag daran, dass der moderne Buchdruck mit beweglichen Lettern erfunden worden war. Nun mussten Schriften nicht mehr per Hand abgeschrieben werden, man konnte sie einfach vervielfältigen. Luthers Bibelübersetzung und die 95 Thesen verbreiteten sich so wie ein Lauffeuer in ganz Deutschland. Viele fanden Luthers Ideen gut und damit begann die Reformation, die Erneuerung der Kirche. Immer mehr Menschen wandten sich von der katholischen Kirche ab und so entstand schließlich eine neue, die evangelische Kirche. Sie unterscheidet sich auch heute noch von der katholischen. Einen Papst zum Beispiel gibt es in der evangelischen Kirche Kirche nicht und evangelische Pfarrer dürfen heiraten und eine Familie gründen.